Boah, wahnsinnige Aussicht, oder? Aber das ist doch ein Bergpanorama, ist doch krass, oder? Guten Morgen, wir sind in Grün und sind heute unterwegs mit dem Mountainbike, die Verena fährt schon vorweg. Heute fahren wir grün rechts rüber, da fahren wir rüber, auf den Berg hinauf und dann fahren wir nach Schloss Elmau rüber, Mittenwald. Ja, und dann fahren wir wieder zurück, das sind ungefähr 55 Kilometer, 1100 Höhenmeter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn du was sagst in die Kamera lächelst du noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, heute kein Wasser, was? Ja, da hast du recht gehabt. Das war aber schlecht zu sehen auf dem Boot. Das war der Musik 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 Warte mal, halt Ne, langsam, alles gut Jetzt weiter Musik Musik Uh, schön Das habe ich leider nicht ausgenommen Musik 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 Warte mal, bleib mir stehen Musik Ja, boy Servus Wir sind in der Nähe von Kroos, und wir sind in der Nähe von Kroos, und wir sind in der Nähe von Kroos. verabschiedet stein sehr gut hier ja Servus. Geile Tour bis jetzt. Ich kann jedem nur empfehlen, diese Nacht zu fahren. Ja, wunderschön. Geile Tour bis jetzt. So, jetzt wollen wir gerade eben an der Filz sein, die hat leider schon Zug. Wir haben heute den 23. Oktober. Ja, schade. Ich hätte mir gerne was geguckt und wäre eine schöne Aussicht gewesen. Aber auch hier. Superschön vom Panorama her. Wow, oder? Ist schon schön. Hallo. Hallo. Auf die Tür. Auf die Tür. Hallo. 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 Bolo. Hallo. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nicht rechts. Whoooo. Haha. das geht ja runter hier der ist ja süß, der Riff warte mal hier möchte ich aber auch nicht, dass die Bremsen ausfallen die Bremsen die Bremsen hast du das Schild nicht gelesen, du hättest absteigen sollen sei froh, dass ich mitgeguckt habe, sonst hätten wir uns wieder verfremd da sind wir mal eine sehr tolle, traumhafte Radeltour, die man unbedingt nachkommt ich kann nur sagen, tolle Tour, war schön, super Wetter, haben wir gut gehabt, dafür dass wir Ende Oktober haben passt ja, ich kann nur sagen, fahrt das selber mal, ihr seht es ja selber im Video danke fürs Zuschauen, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, ciao 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 ciao